Leute, das müsst ihr euch angucken. Was ist denn? Oh mein Gott. Vielleicht ist die Insel doch berühmt. Das haben bestimmt Kalibalen gebaut. Das ist einfach perfekt. Oh, ich sehe schon die Verkaufszahlen. Ruhig, idyllisch und warm. Mit diesem Werbespruch müssen wir nicht einmal lügen. Hallo? Oh mein Gott. Einheimische. Haben wir etwas schon gefunden? Wer seid ihr? Werdet ihr uns essen? Potenzielle Kunden will mir doch niemals verspeisen. Wir werden hier die schönsten Strandhäuser bauen, die sie je gesehen haben. Ich habe die Beforderung so gut wie in der Tasche. Jetzt zum geilen Geier sind die zwei. Wahrscheinlich Zeugen geben sowas. Es muss hier doch noch mehr Menschen geben. Wenn ja, werden wir bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir die Gegend hier etwas aufpöppeln. Samira, was machst du da? Und woher hast du die Angelroute? Ich hole jetzt was zu essen. Ich habe Hunger. Sag das doch gleich, Mensch. Hallo? Ist da Beggys Pizza? Ja, ich möchte Pizza. Du hast ein Handy dabei? Wo ich bin? Ja, auf irgendeiner komischen Insel. Oh, ich muss auflegen. Mein Akku ist leer. Tschüss. Boah. Ein Fisch. Oh mein Gott. Wir laufen jetzt schon ein paar Stunden lang. Vielleicht auch nur eine. Mir kommt es ewig vor. Wir haben Nachmittag. Oder Mittag? Oh Mann, das ist doch echt die letzte Scheiße hier. Wenn Samira ihre Arme nur mal tragen würde, anstatt sie in ihrer Tasche vergammeln zu lassen, wäre sie jetzt ja nicht überran... Elaine! Hör aufs Selbstgespräch. Und dann sagt man, das wäre sehr richtig,